Liebe Freunde der Freiheit, ich stehe hier mit dem Bundestagsabgeordneten Norbert Kleinwächter von der Alternative für Deutschland. Hallo Norbert. Hallo, grüß dich. Und vielen Dank, dass ich dich kurz entführen durfte bei diesem so wichtigen Event, kann man sagen, heute zum Landesparteitag in Jüderburg von der AfD. Was hast denn du für einen Eindruck bisher? Wie läuft denn diese Veranstaltung? Landeswahlversammlung technisch gesehen, diese Veranstaltung läuft sehr professionell organisiert. Wir wählen die Landesliste für den Landtag Brandenburg und hier geht es darum, dass wir hervorragende Kandidaten in den Landtag schicken, die dann dieser Landesregierung nicht nur Ärger machen, sondern diese Landesregierung ablösen werden. Das ist unser politisches Ziel. Wir wollen Brandenburg drehen, wir wollen in Brandenburg die Regierung beanspruchen und wir wollen diese fürchterliche Politik, die betrieben worden ist, rückgängig machen und diese Massenmigration beenden, diese Lügengeschichten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beenden, diese Peinigung mit diesen ganzen Solaranlagen, Windkraftanlagen beenden. Und das sind doch ganz wesentliche Themen, die wir hier in Brandenburg vorhaben und worum wir uns kümmern werden mit einem tollen Team. Das hatte ich gerade als Thema schon mit deinem Kollegen Steffen Courtrey im Vorfeld mit diesen Windkrafträdern. Du bist ja der, der sich speziell mit vielen Anträgen herauskristallisiert hat in der Vergangenheit, der auch gerade dieses Thema der Massenmigration sehr scharf ins Visier genommen hat. Ich habe auch deine, ich nenne sie jetzt einfach mal Brandrede gesehen im Deutschen Bundestag. Du nimmst dir ja da kein Blatt vor den Mund. Wie reagieren die Menschen, meine ganz andere Frage, im Alltag auf dich, wenn du so draußen privat rumläufst? Ist da eher eine Zustimmung oder sind die Menschen so, dass sie sagen, rechts, 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 weil du die Wahrheit aussprichst? Wie wirst du wahrgenommen in der Öffentlichkeit? Doch eher positiv. Also wenn ich einkaufen gehe oder auf den Straßen unterwegs bin, dann werde ich durchaus mal erkannt. Aber eigentlich immer positiv. Ach, Sie sind doch der Herr Kleinwächter und Sie sagen das so schön im Bundestag. Wichtig ist, dass man einfach die Wahrheit sagt. So, wir lügen nicht. Wir bringen die Wahrheit auf den Tisch und diese Wahrheit ist bitter. Deswegen sind die Reden auch manchmal hart. Das merke ich selber, wenn ich sie mir danach anschaue. Sie sind hart, sie sind direkt, aber die Wahrheit ist hart, weil ich einfach die Wahrheit über die illegale Migration nicht unter den Tisch kehren darf. Das sind Kosten ohne Ende. Das ist Kriminalität ohne Ende. Wir haben es ja erst wieder gesehen mit dem Syrer, der ein Mädchen niedergestochen hat und so weiter und so fort. Und es ist vor allem eine gesellschaftliche Belastung ohne Ende. Also müssen wir diese Belastung abschaffen. Ja, nun gibt es ja immer wieder Menschen, die da versuchen mit den Zahlen zu spielen und sagen, das wäre auch nur von der einen Seite Propaganda. Du belegst es ja sehr genau in Zahlen und Fakten, dass es nicht Propaganda ist, sondern dass man belegen kann, dass seit 2015 und jetzt nochmal neu dazugekommene Migranten, denn Flüchtlinge sind es ja per se nicht, das hast du in deiner Rede sehr, sehr gut erklärt, es sind keine Flüchtlinge nach dem Gesetz. Die allermeisten von denen sind keine Flüchtlinge, wie wir Flüchtlinge verstehen dürfen nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Nach dem Gesetz sind sie es zum Teil schon, weil ja das Gesetz so gestrickt worden ist, dass alles als Flüchtling zählt, was zum Beispiel aus Syrien kommt. Das ist natürlich falsch, denn nach der Genfer Flüchtlingskonvention müssen die Leute ja ins nächste sichere Gebiet fliehen und ich glaube, da sind ein paar Kilometerchen dazwischen. Keine 100.000, wie Annalena Baerbock sagen würde, aber doch genug, um zu sagen, Deutschland ist nicht das nächste sichere Gebiet von Syrien aus. Das heißt, diese Menschen haben hier eigentlich gar nichts verloren. Sie sollen kulturnah untergebracht werden, regionalnah untergebracht werden und vor allem in Syrien gibt es auch gar keine Kriegssituation mehr. In Afghanistan gibt es auch keine Kriegssituation mehr. Ja, da gibt es die Taliban-Regierung. Ich kann auch verstehen, dass man die Taliban-Regierung nicht mag, aber ich mag die Regierung Olaf Scholz auch nicht. Ich kann ja auch nicht umgekehrt in Afghanistan Asyl beantragen, nur weil ich Olaf Scholz nicht mag. Also insofern, das ist alles eine Schimäre mit dieser angeblichen Flucht. Es handelt sich um Migranten, die aus wirtschaftlichen Gründen hierher kommen. Damit sind es faktisch illegale Migranten und damit haben wir weder eine Verpflichtung noch überhaupt die moralische Pflicht oder überhaupt auch einen Vorteil daraus, diese Leute aufzunehmen. Das sind ganz bestimmt nicht die Fachkräfte der Zukunft. Und da uns das ja so oft nachgesagt wird, beziehungsweise euch als AfD, bist du grundsätzlich, wenn ich dich richtig verstehe, schon dafür, dass Deutschland seinen Anteil mit beitragen sollte, um zu helfen? Nur eben den Richtigen oder wie kann man deine politische Gesinnung, auch wenn du es sich schon so oft erklärt hast, aber heute für meine YouTube-Zuschauer exklusiv, wie kann man das sehen? Und du sagst, helfen ja, aber nur Menschen, die auch nach dem Genfer Abkommen auch Flüchtlinge sind. Ja, sehen wir uns doch einfach mal an, wie grotesk das ist, was in Deutschland passiert. Die Menschen, die hier ankommen, haben Schlepper bezahlt, egal welche Route sie genommen haben. Das sind 5.000 bis 10.000 Dollar, je nach Route, je nach Schlepper und so weiter und so fort. Die haben Schlepper bezahlt, die haben 10.000 Dollar dabei gehabt, um die Überfahrt zu finanzieren. Wenn der IS direkt vor dem Dorf steht und ich weglaufen muss, weil der IS da ist, sonst bringt er mich um, dann habe ich keine 10.000 Dollar dabei. Die ganzen Leute, die wirklich vor einer solchen Situation davongelaufen sind, ich nehme jetzt als Beispiel den IS, die sind in Jordanien oder sonst wo in der Türkei in absolut schlecht ausgestatteten Flüchtlingscamps untergebracht worden, wo sie teilweise hungern, wo sie nichts zur Verfügung haben, die echten Flüchtlinge sitzen in absolut desolaten Camps, heimatnah, während diejenigen, die so tun, als seien sie Flüchtlinge, bei uns sich eine goldene Nase verdienen mit Bürgergeld und sonstigen Leistungen, die sie hier beanspruchen. Und ich finde das humanitär eine Katastrophe. Ich kann nicht diejenigen im Endeffekt füttern, die gar keine Hilfe benötigen und diejenigen, die wirklich Hilfe benötigen, dort verhungern lassen. Das ist richtig. Du als Berufspolitiker, ich sehe ja immer, mit welcher Diffamierungstaktik gegen euch vorgegangen wird. Herr Kleinwächter, beachten Sie, Sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit. Herr Kleinwächter, bitte kommen Sie mit Ihrem Satz zu Ende. Und auf einmal geht es... Und das finde ich echt, das ist auch sehr würdelos, dass das teilweise im Landtag, aber auch im Bundestag so abläuft. Fühlst du dich fair behandelt oder macht das was mit dir, dass du einfach auch in so einem Kampagnenframing drinsteckst, dass man einfach die satanische Umkehr, wie ich es nenne, durchführt, medial und auch politisch? Wie geht man damit um? Wie schafft man das da immer wieder, sein Gesicht gegen den Wind zu halten? Also mir ist tatsächlich noch nie das Mikrofon abgestellt worden. Ich halte mich gut an die Zeit und manchmal wird bei mir auch noch was zugegeben. Also ich möchte mich nicht beschweren über die Präsidenten des Bundestages, die amtieren. Ich kriege manchmal irgendwie einen unpassenden Querkommentar meines EU-Ausschussvorsitzenden Dr. Anton Hofreiter. Das steht ihm nicht zu, meine Aussagen zu kommentieren, aber das nehmen wir jetzt einfach mal so mit. Das ist ein politischer Kampf. Das ist uns auch völlig bewusst, dass das ein politischer Kampf ist, weil wir ja als Einzige gegen das stehen, was die anderen alle vertreten. Die anderen wollen ja alle diese Massenmigration, die anderen wollen alle diese sozial-ökologische Transformation, die anderen wollen alle die Verarmung und die anderen wollen alle das Aushöhlen der Souveränität im Hinblick auf eine Vereinigte Staaten-von-Europa-Lösung. Wir stehen gegen all diese Punkte und damit sind wir natürlich der argumentative Gegner all dieser anderen politischen Akteure. Das Wichtige ist, dass man bei den Wahlen die Zustimmung der Wähler gewinnt, weil wir damit entsprechend unseren Anteil, unser Gewicht, unsere Macht in den Parlamenten ausbauen und dann dazu beitragen können, dass das auch Regierungshandeln wird. Solange wir nur im Parlament sitzen und das vortragen, ist das nett. Aber wir müssen in die Regierung, um hier endgültig Dinge positiv für unser Land zu verändern und zu verhindern, dass es mit unserem Land immer noch weiter abwärts geht. Es sind ja die Zahlen regelmäßig schlechter. Wirtschaftsleistung, Gehälter, Inflation, Arbeitslosigkeit, Sozialkosten. Jede einzelne Zahl, die ich mir angucke, wird jedes Jahr schlechter. Und das bedeutet, diese Regierung ist einfach schlecht und das müssen wir ändern durch eine vernünftige Politik. Die AfD hat das im Programm und deswegen bin ich stolz, der AfD als Abgeordneter dienen zu dürfen. Auch da nochmal herzlichen Dank an alle, die mich gewählt haben und die auch regelmäßig AfD wählen. Denn ohne euch dürften wir das nicht. Ja, herzlichen Dank an deinen Mut, den Mut zur Wahrheit. Denn ich bin davon überzeugt, nur durch Mut wird Freiheit gemacht. Ich habe dich ja bei einem Bürgerdialog kennengelernt, schon einmal kurz in Michendorf, wo die Bürgermeisterin beschlossen hat, dass AfD-Abgeordnete plötzlich nicht mehr in die Gemeindehalle durften. Da warst du mit Dr. Götz Frömming gemeinsam von der Bundesregierung mit zur Verstärkung anwesend und habe auch da den Bürgerdialog mitgemacht. Bei diesem Stichwort zum Schluss noch, lieber Norbert. Kann man dich auch im Bürgerdialog irgendwo kennenlernen und dir Fragen stellen? Bist du manchmal auch bürgernah? Hat man die Zeit als Bundestagsabgeordneter? Ja, das ist mir sehr wichtig. Also ich bin regelmäßig unterwegs, mache regelmäßig Stammtische, Bürgerdialoge, Gespräche mit Bürgern und ganz oft streame ich die auch live. Also genauso wie du habe ich regelmäßig auch Streaming-Equipment dabei und das wird dann entweder ausgestrahlt später oder direkt live gestreamt. Also wer sich dafür interessiert, die Ankündigungen wie auch die Streams gibt es regelmäßig auf meinen Kanälen. Ich bin auf Facebook, ich bin auf YouTube, ich bin auf Twitter, ich bin auf Gather, ich bin auf Instagram, ich bin auf TikTok. Also was auch immer die bevorzugte Plattform sei. Einfach mich dort eingeben, man findet mich und dann hat man Zugriff auf diese ganzen Inhalte. Ich habe mir da sehr viel Mühe gegeben. Ich mache das seit sieben Jahren und es sind glaube ich mittlerweile knapp 3000 YouTube-Videos mittlerweile. Das ist beachtlich. Da bin ich noch nicht so weit. Wir haben uns schon gerade ausgetauscht über die Technik, dass man das alles selber machen muss. Hast du schon mal mit Zensurerfahrungen gemacht über diese ganzen Kanäle, die du jetzt gerade genannt hast? Wenn du sprichst ja wirklich die Themen an, die oft nicht mehr in dieser neuen besten Demokratie der Meinungsfreiheit abgedeckt sind. Bist du schon mal irgendwo zensiert oder blockiert worden bei irgendeiner dieser Plattformen? Also zeig mir denjenigen, der konservative Politik macht und bei denen nicht mal zensiert wird. Gott sei Dank nur mit relativ geringfügigen Maßnahmen. Dass mal ein Video gelöscht worden ist, dass man mal einen Strike auf YouTube kassiert hat oder so. Also ich habe noch keine große Kontenlöschung erlebt oder ähnliche Dinge. Gott sei Dank. Auf der anderen Seite, die wissen auch mittlerweile, dass Kontenlöschen nichts bringt. Dann machst du halt ein anderes Konto auf und hast innerhalb kurzer Zeit deine Abonnenten wieder, weil die alle nach dir suchen. Also insofern, ja, man wird geblockt. Wir merken auch, dass der Algorithmus uns benachteiligt. Gerade bei Facebook ist das erheblich der Fall. Bei X zum Beispiel weniger, seit Elon Musk jetzt dort die Chefposition übernommen hat. Man muss sich halt immer nach der Decke strecken. Man muss das tun, was man kann und möchte. Und ich dokumentiere auch alles auf der Internetseite. Ich habe auch alles auf meinem eigenen Server liegen. Das bedeutet, wenn sie mir tatsächlich irgendwann mal den Saft abdrehen, dann geht ein neuer Server ans Netz, der dann diese ganzen Inhalte nach wie vor hat. Insofern, ich bin vorbereitet für den Fall der Komplettzensur. Die versuchen es ja mit Digitalisierungsgesetzen und so weiter, Demokratiefördergesetz. Natürlich wollen die uns klein trampeln, weil sie wissen, dass sie Unrecht haben und dass wir Recht haben. Und das ist halt der große Unterschied. Wir arbeiten halt für die richtige Seite. Und ich glaube auch, dass sich das am Ende durchsetzen wird. Und das hoffe ich auch und möchte da auch immer lieber das halb volle Glas sehen, als das halb leere. Meine Damen und Herren, trotz des Meetings, trotz der Sitzung, die gerade drin stattfindet, ist das aus dem Deutschen Bundestag Norbert Kleinwächter, der hier Rede und Antwort gestanden hat. Und das hoffentlich auch immer wieder tut auf Bürgerdialogen. Natürlich. Immer nah am Menschen, immer volksnah. Vielen Dank. Ich danke dir. Vielen Dank fürs Interview. Und abonniert seinen Kanal Norbert Kleinwächter. Dankeschön.